Die 4K-Dome-Überwachungskamera besitzt eine Auflösung von 3840x2160 Pixeln, bei 30 Bildern die Sekunde. Das entspricht mit über 8,5 Megapixeln dem Vierfachen eines Full-HD-Fernsehers. Durch die extrem hohe Auflösung lassen sich sogar kleinste Details in der Ferne vergrößern und genau betrachten. Durch die Bewegungserkennung wird in der Kamera ein Alarm ausgelöst, sobald sich etwas im Bild bewegt. Es lassen sich bestimmte Bereiche im Bild markieren, in denen nur auf Bewegung geachtet werden soll. Bei einem Alarm durch Bewegungserkennung kann eine Bilddatei oder Videodatei auf einen FTP-Server hochgeladen werden oder per E-Mail versendet werden. Sie können per Kalender Tage und Uhrzeiten definieren, in denen aufgenommen werden soll. Die Kamera unterstützt den ONVIV-Standard und ist damit zu anderer Hardware kompatibel, wie beispielsweise diversen NVR-Rekordern. Neben einem analogen BNC-Videoausgang bietet die Kamera mit ihren vielseitigen Anschlüssen ein Audio-Ein- und Ausgang. Natürlich müssen Sie nicht auf einen Alarm-Ein- und Ausgang verzichten. Sollte die 4K-IP-Kamera auf öffentliche Bereiche schauen, können diese geschwärzt und bei der Aufzeichnung ausgeschlossen werden. Die Infrarotnachtsicht reicht bei völliger Dunkelheit bis zu 20 Meter weit. Durch den Peer-to-Peer-Service können Sie von überall auf der Welt mit der Android- und iOS-Handy-App FreeIP auf die Kamera zugreifen. Eine Windows-Software erhalten Sie gratis zu der Kamera dazu. Auch Mac-Benutzer können die Kamera über den Safari-Browser in vollem Umfang nutzen. Für weitere Informationen klicken Sie den Link aus der Videobeschreibung oder besuchen Sie unseren Shop unter alarm.de.